Jungs Nicht zu nah rangehen, sonst wird das einen Schaf. Oh mein Gott! Guck mal, wie dicht die ist. Die isst Fische! Am liebsten mag die Julian. So, wie soll ich? Wo soll ich da sein? Da sind sie schon. Da sieht man. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das ist die Frage. Ich habe es zu sehen. Das war schon 4,5 Meter lang. Ich habe es noch ein paar Minuten. Ich habe es auch zu sehen. Vielen Dank.